So witzig, dass es jetzt alle Filter auf Snapchat im Halloween-Style gibt. Ich bräuchte bitte einen Filter, wenn es geht, mit eckigen Augen. Aber die Augen tun es auch schon. Ich sitze jetzt einfach schon seit Stunden am Computer. Filme meinen Eltern. Werde jetzt gerade von meiner Schwester überrascht mit einem Obstjoghurt. Danke. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll, weil ich muss das Video noch für morgen schneiden, das Halloween-Video. Dann Nummer zwei ist mein Kostüm noch machen und mein Projekt noch. Warum kann der Tag nicht 100.000 Stunden haben? Ich weiß gar nicht, ob es dir das alles noch ausgeht. Yummy. Blaubeeren, Joghurt, Obst. Heute ist übrigens der letzte Tag. Oh, was geht jetzt los? Okay. Wo es noch lange hell ist, war der Morgen schon Winterzeit. Mein Lieblings-DJ jetzt gerade im Fernsehen. Das ist er. Den habe ich jetzt auch schon nochmal getroffen und auch ein paar Mal live gesehen. Ich finde den mega. Ist übrigens auch ein Deutscher. Während andere Leute um diese Uhrzeit fortgehen, Party machen, schlafen, habe ich jetzt bis jetzt gearbeitet. Mein noch streng geheimes Projekt, an dem habe ich mega lang gearbeitet heute und jetzt in den letzten drei Stunden noch Video für morgen geschnitten. Das ist jetzt fertig. Das einzig Gute ist, dass jetzt die Zeitumstellung ist und ich jetzt Gott sei Dank eine Stunde mehr schlafe, aber normalerweise hasse ich die Zeitumstellung. Magst du die Sommerzeit oder die Winterzeit? Oder die Winterzeit. Schreib es mir jetzt gerne. Ich werde jetzt noch ein paar YouTube-Videos schauen und dann werde ich endlich schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht.